AJ, es gibt Neuigkeiten von meinen Spähern. Die Truppen, die die Festung Ragatavada sichern, sind geschwächt und haben einem Angriff nicht viel entgegenzusetzen. Das ist ein guter Zeitpunkt, die Festung für den goldenen Pfad einzunehmen. Ach, das ist die, die ich schon mal überlegt hatte, einzunehmen. Äh, ja. Oder, ja. Oder? Ne, warte mal. Ist auch ein N, oder? Ja, Jogi, will ich jetzt gar nicht unbedingt die Gnade, also mich sowieso nur mit Drogen vollkommen, ist ein bisschen lame. Äh, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so ausgeht. Ich hätte dann tatsächlich gedacht, dass Sida irgendwie mehr, doch tatsächlich mehr, äh, selber gefallen daran hatte, wie Pagan mir da auch telefonisch mitteilte. Das ist voll komisch. Loh. Das Bugtau. Loh. Ja. Okay, laufen halt. Ne, und deswegen, äh, hätte ich das jetzt nicht erwartet. Bin doch überrascht. Aber habe ich das irgendwie verpasst? Oder ich meine, wann wurde ihre... oder wann habe ich mitbekommen, dass ihre Familie getötet wurde? Das habe ich nicht mitbekommen. Komisch. Aber naja. Schade, dass ich die Leute da nicht mit dem Molotow-Cocktail anzünden konnte. Verdient hätten sie es! Ja, reiß, reiß, immer nur reiß, der Panzerfaust, glaub ich. Ja, gucken, wie weit wir da rankommen. Durch den Wasser weg, ich glaube nicht wirklich weit. Oh doch, sehr leiß! Sogar echt ziemlich gut, toll. Jetzt können wir mit niemandem erfolgen damit. Haha. Ich bin gut. Fahre ich denn richtig mit dem Molotow? Wasch doch auf! Und die nächste rechts, glaube ich. Hm, lol. Ich glaube nicht, dass ich vorbei fahre. Boah, ich weiß gar nicht, ob das Wasser, nicht Wasserfälle sind, ich hoffe, ich komme da hoch. Boah, der Ski-Fan ist aber auch das Geilste, was es gibt, ey. Ich hasse so welche Wasser. Oh ja, der Ski-Fan ist echt epic. Das ist epic. Epic. Auch wenn es hier einem echt ein bisschen langsam vorkommen, wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht, ich möchte mir echt nicht über Steine fahren. Ach, scheiße, ich habe es geahnt. Oh, fuck. Fuck, ich hatte echt Angst, dass ich gerade feststecke. Ja, da komme ich auch hoch und locker. Es gibt Gas. Oh, geparkt. Du bleibst hier. Ach, schade. Ja, ich hatte es... Ich hatte es geahnt. Befürchtet. Ja, da kann man schlicht durchfahren. Auf dem Jet Ski. Ja, da kann man schlafen. Komm an. Egal, laufen wir mal ein bisschen. Tut ja auch mal gut. Ich komme hier nicht hoch, oh mein Gott. Ja, hilf mir hoch. Scheiße. Das ist die letzte Folge. Achtung. Das ist die Mörderbrücke, der letzte Folge der letzten Folge. Erinnert mich, dass es eine chase. Ich muss das Spiel gleich wieder spielen. Ich weiß nicht, ob ihr... Schlimme Tiere kann man nicht takedown. Ich glaube, das Viech brauche ich noch. Nee, und, äh... Das sieht auch komisch aus. Spellforce Shadow Wars. So geil, das Game. Oh, come on. Muss ich mal wieder spielen. Deswegen, gucken, was ich da sagen will. Ich kämpfe für Kyra. Ich verdanke dir mein Leben. Kyra segne dich. Ah, achso, cool. Oh, Gott, ballert sie jetzt wieder. Die ballert nur in der Luft. Ähm, ja, Spellforce Shadow Wars. Und ich will auch eigentlich nochmal wieder gegen den Zocken. Ja, derjenige Schachtelmüter, äh, zwei, glaube ich. Die Businesses. Ich bin mega Bock drauf. Das ist nicht gut. Ich glaube, er gehört zur Royal Army. Das Ganze war bestimmt nur die Idee. Wenn du nicht bekennen wirst, bin ich jetzt tot. Ja, Cash. Leute, Cash. Cash. Das zählt. Cash. Ich wollte nicht den Rammen, aber wir haben es nicht geschafft. Schade. Oh, du... Ich hab's nicht überfahren. Ich hab's nicht überfahren. Ich hab's geschafft, Leute. Es lebt noch. Warum geht die Scheibe jetzt nicht komplett kaputt? Die ist doch schon gesplittert. Öh, öh. Ups. Haha. Er ist so typisch, ey. Er hat mich abgedrängt. Leute, hängt das Ding... Nice! Hängt das Ding da dran? Das Ding da dran hatte ich... Nee, war noch die normalen. Eigentlich hab ich hier noch irgendwo ein anderer. Oh mein Gott. Ey, ihr habt echt ein Problem mit euren Autos, oder? Mit diesem Arsch, Alter. Aber... Okay, der ist echt im Arsch. Ja, wenn man so einfach Autos reparieren könnte, ja? Das wär schon echt nice. Mein Cash. Cash, Junge. Cash. Get cash. Ich hab ein gelbes Auto hier. Das ist neutral. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht. Das sind schon wieder welche. Nee, nur Touristen. Das sind doch ja auch Touristen. Komm, wir können auch gleich kommen nochmal. Das sind doch keine Sticky Grenades, die ich hier hab. Sticky sind... Was ist die hier? Oh, nee, ich hab jetzt nur noch die, oder wie? Lol. So, okay. Perfekt. Weiter geht's. Hoffentlich mal, äh, zum Ende gleich. Da hinten irgendwie. Lange will ich schon wieder fahren. Na, du wirst nicht mehr rennen. Ich werde jedem meiner Kinder ein DAS von dir geben. Fucking bitches. Tschüss. Oh mein Gott, die haben davon aber auch viele. Ups. Oh, oh. Ich hab keine mehr, was? Ja, oh mein Gott, die folgen mir, was. Ich hab keine mehr, was? Ich muss noch mal einkaufen gehen. 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 An einem Berg, die halt halb in einem Berg ist. Ach komm, spiel, komm lad, mein Gott. Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwie... Versuchen wir es mal. Worauf nicht sterben wir jetzt nicht? Nicht wegen scheiß Fischen. Bisschen bewegen. Vielleicht checken die Fischliste später. Yes, lebend. Bitches. So, ich überlege gerade, ob man hier hochkommt. Hier hoch und dann halt irgendwie von hinten nochmal. Ja, geht anscheinend. Kann ja auf jeden Fall hochlaufen. Ich denke, das wäre nämlich ein bisschen einfacher, dann überhaupt mal einen Einblick zu bekommen, weil so hoch wie die Mauern da sind. Ich glaube, ich gucke auch erstmal von hier aus. Hier steht ein Auto. Hier steht ein Auto. Man sieht nicht viel. Schade. Was ist das? Loll Silberader, Silberader Der hätte ich auch hochgekonnt, ok Bei der Sniper ist da immer noch das Problem Die zwei Alarmen Alarmen sind ja anscheinend hier Boah, unter mir, wie soll ich das denn schaffen? Loll Ja, ich weiß nicht, wenn ich den jetzt töte Ich meine, ich habe einen Schalldämpfer, aber der ist so in dieser Sichtweite quasi Ich habe einen Schalldämpfer, der ist so in dieser Sichtweite.